freut mich sehr dass ich dabei sein darf leider ohne survival games auf das das mc book server als ob die alle in gleichnamen ich kenne mich auf dem nicht aus da ich jetzt nicht so der es geht ja ich mache mal etwas leiser wieder keine ahnung wieso der gott war nach lehre wie machst du da nur ach so auf dem ruhig gerade übrigens mit dem loilo game recorder vielleicht einige schon mal was von gehört oder auch nicht eher nicht also ist er nicht so bekanntes aufnahmeprogramm ich hatte es schon mal und bin damit eigentlich recht gut klar gekommen und dann wollen wir hier ich weiß nämlich da oben auf dem dach eine kiste ist in die a da sein normalerweise das ist auf den meisten maps eine da nehmen wir hier jetzt ändert ist kann man auch machen zu generieren da ist ein wie man hier nicht aber egal ich meine mich genau die die hier drin ist und wehe ich habe zwei eisen ja ich habe zweimal eine eisenbrust nicht zwei eisen da ist jetzt noch was geiles naja so den kriegen wir jetzt easy nein mein erstes mein erster kill seit zehn monaten also wirklich weil ich hier so gut wie nie spiele ich hatte die beiden jetzt mal ja ja ein von den krieg ich noch nicht so gut wie heißt doch wunderbar ist er jetzt alles angezündet dann brennt so sieht so aus als hätte ich da gekämpft die leute gar nicht ich glaube bei der kiste oben war ich da die da unten habe ich vielleicht noch nicht die werden die typen von denen ich gerade eingekehrt habe schon gehört haben ja war ja irgendwie klar aber egal kommt kommt man ja war jetzt klar dass mich das war das überhaupt ein dreier team kommt als ob in drei hat die machen ja gut ich will gar nicht wissen wie viel der typ hat ja da kann man sogar einsehen nein wie viel hattest du hattest du ja gut nicht so geil aber egal betonen wir jetzt gar nicht sehr gut jetzt können wir gleich dann da